Steht ja sonst jemand im Raum, sonst ist kein Gardist, kein Niemand hier. Keine, keine Gardistin, aber viele, viele Knechte, die irgendwelche Dinge tragen, Schubkarren voll mit irgendwelchen Drehrädchen, die dann ein Mechaniker oder ein Feinmechaniker oder hier dann vielleicht für Uhren oder sowas benötigt. Der ganze Raum dreht sich unablässlich. Na dann, lasst uns auf den Mann zugehen. Oh, welchen Mann? Erzähl mir was ihr seht. Ich hab mich wieder hinter Abelmier. Dort steht wahrscheinlich Leonardo, den Schöpfer, oder zumindest einer der führenden Köpfe bei der Erschaffung dieser Festung. Jemand, den ich mal fragen könnte, was ich beim Falschirm falsch gemacht habe, ich verstehe. Das ist nicht der Moment, aber wäre hilfreich. Ihr könnt uns erklären, wie man diese Festung beschädigt, vielleicht sogar zerstört. Wahrscheinlich ist er irgendwie geknechtet, dass er sozusagen nicht Galata verraten darf, aber vielleicht kann er uns einen Hinweis auf eine gewisse Sache geben, ohne dass er Galata verrät. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht muss man nur die richtigen Fragen stellen. Bedenkt das. Äh, Iolaus hat glaube ich auch irgendwas erzählt, von wegen, dass ja in Jolgomack auch Leute irgendwelche Halsbänder bekommen in den Akademien, damit sie sozusagen gehorsam sind. Vielleicht ist das auch der Fall, achtet mal darauf. Äh, ich kann das nämlich alles nicht sehen. Ich könnte mit ihm sprechen, weil ich ja Galata bin, aber... Natürlich kenne ich ihn nicht. Ja, los, kommt, ihr macht das. Er wird sowieso nicht glauben, dass ich Galata bin, vor allem wenn der Dämon in seinem Hals es mitbekommt, will er ihm die Kehle abschnüren, nur weil ich ihm Fragen stelle, die er mir beantworten wirklichweise und automatisch Galata verrät dadurch. Das könnte ihn vielleicht sogar direkt töten. Hat er denn schon einen Halsband an? Äh, du siehst aktuell nur seine Konstrukteursrobe mit dem aufgenähten Zeichen von Zirkellineal und dem achtspeichigen Rad. Aber ja, Irma hat dich darauf hingewiesen und du musterst ihn nochmal. Er hat tatsächlich irgendetwas um den Hals liegen. Könnte ein Sklavenring sein, aber wenn du weiter gehst, kannst du ein schwarz glibberiges Blutegelwesen erkennen, das da auch wieder pumpt und pulsiert. Kannst du noch ein kleines Hörnchen erkennen, was da rausragt. Ah, sieht einmal, da scheint wirklich dieses... Er dreht sich um und guckt euch an. Stand wohl eben vor so einem Podest, da hat er viele, viele, ja, Bauzeichnungen vor sich. Ein alter Mann mit grauem, langen Bart und grünen Augen. Guckt euch müde an. Seine Augen sind feuerrot. Ja, muss unglaublich müde sein. Mal guckt euch an. Ihr könnt sehen, wie der Gurgulum ja immer noch so ein bisschen pumpt und pulsiert. Sieht sehr traurig aus. Äh, kann ich euch helfen? Mechonikus. Ihr habt diese Festung geschaffen. Wir sind gekommen, um sie zu vernichten. Gut. Gut. Sie ist eins meiner Meisterwerke und dennoch ist sie zum Töten geschaffen. Vernichtet sie. Dies ist das Maschinenherz. Er deutet einmal mit, äh, ja, mit seiner Hand auf die zapfenförmige Spirale aus Erz, ähm, das Transpropropiatorium. Und, äh, ja, guckt euch einfach nur traurig, unglaublich traurig an. Was passiert, wenn dieses Maschinenherz vernichtet wird? Die Festung wird mit Energie versorgt. So, die, die Stählen, die auf der Außenseite angebracht sind, das gläserne Schild, die, die Einstiege, die Wurzeln, die Heterkrallen, die Saptanbastei, die Zinnentürme, das Haus der Heilung, der Tempel von Tyakraman. All diese Dinge werden von Energie versorgt. Ebenso wie der Malsturm. Äh, er will, ja. Und wenn wir es vernichten, was wird aus euch? Nun, wenn, wenn ihr dieses Maschinenherz lahmlegt, wird diese Festung wohl oder übel sehr schnell auseinanderbrechen. Glaub ich. Wie schnell? Noch bevor das Magnum Opus fortschreiten kann? Zumindest wird keine Energie mehr dafür bereitgestellt. Wahrscheinlich, er holt eine kleine Taschenuhr heraus, die er sich anguckt. Klappt sie ja mal auf. Wohl eine Minute wird das soweit sein und das nächste Element wird Garret vernichten. Ja, soweit ich es höre, stürzt sich zu der Maschine. Was sind die empfindlichsten Stellen dieser Maschine? Ja. Es gibt keine empfindlichen Stellen, sie sind unzerstörbar. Ich habe ein halbes Pfund Bandstaub hier. Sagt mir, wo ich es hinkippen muss. Ich... Wir haben Säure. Ich habe Säureswasser. Richtig. Königswasser. Herbei! Das könnte tatsächlich funktionieren. Mit einem Blick auf sein Halsband. Welchen Teil dieser Maschine müsst ihr am meisten beschützen? Welcher darf überhaupt nicht zerstört werden? Das ist der wichtige Punkt eurer Arbeit. Er tritt einmal an die Bauzeichnung heran und deutet dann auf ein Teil von diesem Erzzapfen. Hier. Dort wird die... Dort werden die Elemente umgewandelt. Faszinierende Arbeit. Ihr dreht euch jetzt besser um. Ja, los, los, los! Wenn dieser Hund sich nicht bewegt, gebe ich das auch rein selber da raus. Ja. Ja, ja. Murmelt wohl auch wieder irgendwas von... Wir haben kein Endurium verbaut. Das war gut. Mit etwas Königs- und Kaiserwasser ist das tatsächlich möglich. Murmelt da tatsächlich so ein bisschen in seinem Bart. Sieht tatsächlich traurig aus. Und ihr könnt dann auch sehen, während dann ihr das Maschinennetz zerstört, wie ihm wohl eine salzige Träne dann runterläuft. Scheint da wohl traurig zu sein. Auch wenn ihr jetzt sein Meisterwerk vernichtet, aber... Wer weiß, dass es besser ist. Er flüstert die ganze Zeit. Wer lässt sich die anderen unterhalten und auch mit... Am Anfang zu reden, Abelmir ins Ohr. Abelmir. Könnt ihr dieses Ding um seinen Hals exorzieren? Es wird schwierig. Aber jetzt habt ihr die... Jetzt habt ihr die Möglichkeit noch. Jetzt gleich, wenn... Wenn die Leute da vorne wissen, wie man das Ding zerstört hat oder es anfangen zu zerstören, werden bestimmt Wachen auftauchen und alles. Und ich werde es versuchen. Sobald sich ein hinreichend großes Loch gebildet hat, pfeffere ich den Bandstraub da rein und gehe in Deckung. Ja, du kannst sehen, wie der Bandstraub wieder nach oben gepumpt wird durch irgendwelche Zahnräder, Mechanismen, Luft, Röhre und Schächte und sich das ganze Herz dann verfärbt und schwarz wird. Und die Bewegung langsam erstarren auf der linken und rechten Seite dieses Höllendoms. Dann auch einige Zahnräder rausbrechen und das weiteres Krächzen von diesem Wesen gibt. Wir bauen sie auf dieses Werk hinab und vernichte es. Ich tränke schön alles fleißig mit Kaisermasser. Ich würde den Leonardus mal etwas zur Seite ziehen, damit er aus der Sichtweite von diesem anderen Gesellen ist und eine dunkle Ecke vielleicht, keine Ahnung. Mal in die Runde. War es das? Wenn es, wenn nicht, sollten wir jetzt eine Erschütterung spüren, richtig? Ja, während du gerade noch an der Stelle stehst, wir könnten mal beide eine Fingerfettigkeitsprobe machen, damit ihr euch selber nicht verbrennt dann mit der Säure. Kannst du sehen, wie ein Riss unter deinen beiden Beinen durchgeht. Natürlich verbrenne ich mich an der Säure. Nimm mal eine W6 SP. Natürlich würfel ich die 4. Ja, was auch. Natürlich verbrenne ich mich nicht an der Säure. Schade. Ich habe Handschuhe an. Ja, SP. Das bringt dir auch nichts. Es geht einfach nur darum, dass du... Wir reden hier von Kaisermasser. Die machen im Kaisermasser nichts. Das löscht alles auf. Du siehst, wie ein riesiger Riss durch deine Beine geht und die Festung bricht tatsächlich zu großen Teilen erstmal. Nicht auseinander, aber in kleine Stückchen. Falls jemand von meinen Gefährten in Gefahr ist, in eine Ritze zu rutschen, würde ich Ausschau halten und ihn retten. Ja, Lanne. Ich glaube, es hat wirklich funktioniert. Ja. Die Götter gewähren unser Aufschub. Isarun, wie lange hält dieser Trill eigentlich noch an? Ich bin fast blind. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein experimentelles Artefakt. Und meine Haare vermisse ich auch. Also, Mechanikus. Ja, was? Es ist noch nicht zu spät, die letzte Buße anzutreten. Wie kann ich euch helfen? Ich frage, wie ich euch helfen kann. Eure Seele kann gerettet werden. Noch. Ihr habt den ersten Schritt getan. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wenn ihr die Festung jetzt verlassen wollt, dann... Es gibt sicherlich noch einige... Einige Schiffe, die von hier aus starten können. Oder ihr könnt auch einige Karakile bemannen, wenn ihr wollt. Die müssten sicherlich noch irgendwo beschworen... ... da rumsitzen. Ich spreche von euch, Mann! Eurer Seele! Was meint ihr damit? Kommt mit! Wir können euch helfen! Wohin? Fort! Die Sterntreppe? Die Freitreppe. Schwarzen und roten Stufen. Wollt ihr sie... Ich folge euch, wenn ihr meint. Ich hatte angenommen, ihr wollt das zu Ende bringen. Wir müssen jetzt von diesem Ding befreien, um seinen Hals. Wir gehen und töten Galotta. Das Ding sollte sich dann wohl erledigen. Das muss wohl so sein. Ich kenne mich mit den Dämonen nicht aus, aber... Schworen wurde es von ihm und mir um den Hals gelegt und... Ich kann ihm nicht zuwiderhandeln. Wenn er mich nicht entlässt, dann scherbe ich hier. Dann haltet euch bereit. Falls ihr ihn los. Männer, kommt! Ihr solltet vielleicht nicht die Sterntreppe gehen. Da geht den... den Gang hier in der... in der Mitte hoch. Sie... die Treppe führt zwar nach unten, aber sie führt euch nach oben. Ihr werdet dort einmal noch am Gerichtssaal vorbeikommen, aber... danach könnt ihr... in sein... in sein... und steht dann... zwischen den titanischen Rippengewölben. Ihr umgeht die Falle des ätzenden Hummus, die Falle der rostenden Luft, dieses losenden Erzes und dem Weg ohne Gnade. Vor Raphims Auge flimmert gerade noch einmal die Vision, die auf dem Borenange hatte und du... siehst wieder, wie Isarons Ohr abbröckelt wie Sand... und... Kiaras gefehlt wurde von irgendwelchen... Stählen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten... guten Plan. Wir sollten da auf keinen Fall lang gehen. Ab Dank. Haltet euch bereit. Wir kommen euch holen, soweit alles vorbei ist. Wollen wir ihn nicht gleich mitnehmen? Damit Galotta ihn auf Sicht umbringt? Ich glaube nicht, dass er ihn umbringen wird. Er wird ihn wahrscheinlich auch brauchen. So denkt er zumindest. Vermutlich darf er diesen Ort nicht verlassen. Vergiss nicht, welchem Erzdämon Galotta seine Seele gegeben hat. Er handelt nicht unbedingt logisch. Gleichwohl. Kommt jetzt. Und gehen wir an den Herr Tachentöten. Mögen die Götter mit dir seine. Leonardo. Ich tätsch ihm an die Schulter... und lasse ihn zurück. Ihr folgt dem Gang. Regt nicht mehr ab in die Treppen nach oben oder in die Prunkgemächer von Galotta, sondern folgt dem Weg, den Leonardo euch gewiesen hat. Die geheimen Wege, um den Fallen zu entgehen und trefft dann nach einigen vielen Metern weitere Geräusche, weiteres Brechen und das Pumpen hat auch aufgehört mittlerweile in einen Saal, den ihr... erkennen könnt. Er ist ebenso groß, ebenso titanisch und leuchtet in einem ungesunden Gelb. Just bevor ihr dran vorbeigehen wollt, kann Yalan erkennen, dass dort jemand auf der Anklagebank sitzt. Großmeister Rafferian. Sechs Hörner wachsen und ragen und wuchern ihm aus dem Kopf. Wartet kurz, wartet kurz! Währenddessen kann Yalan immer bemerken, dass seine Sicht wieder heller wird und du schrumpfst. Oh, ich glaube, es geht jetzt zurück. Moment! Ich mach mal schnell den Riemen auf. Wachst meine Haare nach. Komm, 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 meine Haare nach, meine Haare nach, komm, meine Haare nach! Nimmst deine alte Gestalt an. Du wirst wieder kleiner, deine Stimme verändert sich wieder. Die wuchernden, wulstigen Dämonenmale bleiben, nicht bestehen. Auch die Scharlach-Kappe bildet sich zurück, aber deine Haare behältst du trotzdem nicht. Oh, meine Haare! Ich hätte hier keine hieser runde Glatze gesehen. Währenddessen schaut Yalan entgeistert den Großmeister, den Ordenshochmeister und Großinquisitor und Personalunion an. Wir müssen ihm helfen. Ich fürchte ihm jetzt nicht mehr zu helfen. Mit diesen Hörnern. Dann müssen wir ihm das Ende bereiten, eins von beidem. Also gut, mach es schnell. Solheimer Luft, trete in den Saal. Du spürst wohl, wie er da murmelt. Er sieht kaputt aus, ebenso rote Augen, wie die von Leonardo übermüdet. Die Hörner wachsen, ragen, wuchern aus seinem Kopf heraus. Wie gesagt, sechs Stück an der Zahl. Er hat seine Beine angezogen und mit seinen Händen umschlungen. Und weint da wohl bittere Tränen. So unsympathisch, wie er dir in Werheim auch war. Aber dieses Schauspiel für einen Großinquisitor ist absolut unwürdig. Und er ringt dort mit sich selber. Es gibt niemanden, keine Person, die hier irgendwo steht. Kein Richter auf der Anklagebank. Nur er selber, der dort sitzt, als Angeklagter. Murmelt. Und ich dann aus weinenden, roten Augen anblickt. Greifenmond. Bitte töte mich. Aferian. Bitte langsam näher. Bring dich bitte um. Ich werde halb gehoben. Ich... Verzeiht mir. Ungepräser hier lösen. Und dann... suche ich ihm das Schwert zwischen die Rippen. Ja... Du siehst, wie Blut aus seinem Mund sprudelt und er dich lächelnd dankbar anblickt, dass du ihm diesen Tod schenkst. Seine Seele auf immer verloren, aber... Tod. Zumindest leidet er nicht mehr körperlich. Gibt zur Seite von der Bank weg. Und bleibt zuckend liegen. Ich wünschte, ich hätte euch von all dem bewahren können. Von dieser Dämonen-Scheiße gibt es nie einen Gewinner. Ja. Das ist richtig. Wir müssen weiter. Ja. Ja. Gehen wir. Diese Festung wird bald auseinanderbrechen. Wir sollten wirklich nicht uns weiter aufhalten. Hoffen wir, dass... ...was auch immer passiert... ...die Sabotage der Maschine genug war. Wenn ich mir das Ding so angucke, sollte das wohl ausreichen. Es bricht immer weiter. Ich stehe ja gar laut und bringe es hin draus. Ich schätze... Ich schätze, wenn irgendjemand aussteigen will, wäre jetzt der Moment. Ich bin jetzt gekommen, um jetzt hier nicht entweder zu versagen und zu sterben oder erfolgreich zu sein und zu sterben. Los, weiter. Ich will nichts sagen, aber ich habe gehört, auf den Mann ist ein großes Kopfgeld ausgesetzt und die lasse ich mir dann nähen gehen. Kommt schon. Einmal ist kein Mann. Wenn ich mal aussteigen kann, ist schon vor Monaten vorbei gegangen. Und dann... Los geht's. Im Gang von Leonardo folgend... Alle fallen umgehend. Die ganzen Wachen, die ihr nach oben geschickt habt, die jetzt wohl offensichtlich tot sind, was auch immer dort oben passiert ist. Aber wiedergekommen sind sie nicht. Und wer Galotta stört, der stirbt. Euch umgibt plötzlich Stille. Dunkelheit. Vollkommene Dunkelheit. Wenn ihr die Treppe... Wenn ihr die Treppe am Ende entlang gekommen seid und dann die Tür erreicht, ist die Schlacht in den Wolken, die Vernichtung von Garret, so unendlich weit weg. In einer ganz anderen Welt. Vollkommene Dunkelheit. Vollkommene Stille. Wenn ihr die Tür langsam und vorsichtig aufmacht, könnt ihr einen riesigen Saal erkennen. Kein Licht scheint hier und dennoch könnt ihr sehen. Eure Schritte heilen über den Boden. Ihr könnt eure eigenen Gesichter verzerrt im schwarzen Spiegellicht sehen. In dem schwarzen Spiegelboden leises Wispern dringt aus der Tiefe des Raumes. Dann gleichzeitig könnt ihr die Wände und die Decken sehen. Sie spiegeln. Zeigen langgezogene Fratzen von Angst und Schmerz. Viel tausendfache Massen von Galottas Opfern. Zehntausende Seelen, die das Feuer der Rache in einem einzigen, nicht zu löschenden Feuer ausgebrannt worden sind. Dort vorne ist etwas. Setzt er dort vorne? Dutzende Gestalten huschen wie ein schwarzer Vorhang beiseite. Und offenbaren den Thronsaal. In rotem Licht. Getragen von Pfeilern. Gitanischen Rippengewölben. Licht flackert wild. Spiegelt sich auf den Bodenplatten. Mittlerweile aus Kristallwohl bestehend. Hinter ihm könnt ihr so etwas wie eine Glasfront erkennen, auf die er auf Garret runter blicken könnte. Garret brennt. Ein Trümmermeer. Und dann bemerkt ihr, dass die gehuschten Gestalten der huschende Vorhang herrscht dort ihm waren. Dutzende. Lautlos schwebende Dämonen mit Kapuzenumhang, Schwert, Peitsche. Sie bilden ein schweigendes Spanier für euch. Bis zu dem dort wachsenden Thron. Dort sitzt er. Einige von euch haben ihn bereits in die Olgurmacke blicken dürfen. Schwelgt dort müde. Nicht unbedingt majestätisch, aber unerreichbar und böse. Das, was Ömer eben war, ist nur ein Abglanz von ihm. Sehr viel mächtiger. Ein Mann, der an der persönlichen Seite von Borbrat Xamalot stand, einem Halbgott. Ein Mann, der binnen weniger Jahre eine Stadt aus dem Boden nach oben wachsen ließ und sie dann herausriss. Ein Mann, der perfekt die Magie beherrscht. Ich trete vor. Galotta! Haltet ein und hört mich an! Seht, was ihr tut! Galotta, all eure Feinde, all denen, die ihr Rache geschworen habt, sind tot! All diese Leute dort unten, die Menschen, Frauen, Kinder, Unschuldige, niemand von ihnen hat euch je etwas getan. Niemand von ihnen wollte euch je etwas tun. Sie sind nicht das Ziel eurer Rache. Sie waren es nie. Seht doch nur, wo ihr steht. Ihr werdet benutzt, ausgenutzt. Der Drache, er hat euch verraten. Der Schelm, er hat euch verraten. All die, die euch Honig ums Maul geschmiert haben. Wo sind sie jetzt? Sie warten nur darauf, dass ihr fertig seid, um euch in den Rücken zu fallen. Seht doch nur, was ihr tut. Was glaubt ihr, was passieren wird, wenn das hier fertig ist? Wenn ihr die einzige lebende Seele seid, sitzend auf einem Thron von Knochen, umbringt von Ruinen. Es gibt keine Version, wo ihr hier als Gewinner herausgehen könnt. Schaut doch nur! Öffnet eure Augen! Immer tritt vor. Galotta, ihr habt, wenn ihr das hier beendet, alles erreicht, was eure Rache euch vorschreibt. Ihr habt die Kaiserin getötet. Ihr habt die Kaiserin Prinzessin getötet. Ihr habt alle getötet, die euch je sicher nicht im Weg gestellt haben. Ihr müsstet euch doch großartig fühlen. Ihr müsstet doch die Stärke in eurem Herzen spüren. Dafür, dass ihr gewinnt. Doch wenn ihr verraten wurdet, dann werdet ihr nur Leere spüren. Ihr werdet nur Leere spüren, weil die Dämonen euch benutzen, weil die Dämonen euch hintergehen. Lasst euch nicht von den Dämonen hintergehen. Spielt nicht ihr Spiel. Ihr wisst es besser. Ihr seid der intelligenteste und fähigste Magier höchstwahrscheinlich von ganzer Venturien. Niemand kann euch aufhalten. Niemand mit einem Schwert und niemand mit einem Zauberstab. Lässt seinen Bogen auf den Bogen fallen. Niemand mit einem Bogen. Nur mit dem Wort kann man euch zeigen, dass ihr derjenige seid, der alles erreicht habt und dennoch nur Leere spürt. Schaut in euch. Schaut, ob das, was ihr geworden seid, das ist, was ihr wollt. Ohne auf den Hass der Dämonen zu hören. Wenn ihr auf euch schaut, überlegt euch, seid ihr der Mensch, der es schaffen könnte, Alara zu beeindrucken mit seinen Taten. Mit seinen Gefühlen, die er auch noch hat. Sind da überhaupt noch Gefühle? Schaut in euch. Denn wenn ihr Liebe vermisst, dann ist das der Weg, wie ihr vielleicht ein Stück weit Befriedigung bekommen könnt. Indem ihr nicht mehr dem Hass folgt, sondern indem ihr auf die Liebe hört. Überlegt euch, was Alara vielleicht zu euch sagen könnte. Und ob euch das nicht vielleicht stolzer machen würde als jegliche Beschimpfung von jedem anderen, der nicht versteht, dass ihr genauso zur Schöpfung gehört wie alle anderen auch. Und dass ihr einfach nur einen Weg gegangen seid und einen längeren und holprigeren Weg vor allen Dingen auch gegangen seid, um das zu erkennen. Und deswegen heute hier stehen, wo ihr steht. Immer hebt den Bogen auf, hängt ihn sich um und macht wieder einen Schritt zurück. Du kannst sehen, dass seine Scharlachkappe, die das packt mal, was eben dich und jetzt ihn immer noch blind macht, weiter nach unten wächst. Gaios, blickt hinter euch einmal hinaus. Ich würde gern davon erzählen, dass wir heute einen großen Sieg über euch, über euren Herren, wie auch immer ihr es nennen wollt, errungen haben. Aber die Wahrheit ist, ihr und eure und der Drache und allesamt habt uns vor Wehrheim schon besiegt. Und heute ist es nicht anders, auch wenn vielleicht Teile in der Stadt noch stehen. Aber auch habt ihr vor Wehrheim doch im Grunde alles bekommen, was ihr wolltet. Ihr hättet, könntet jetzt noch hinuntermarschieren und euch die Krone aufsetzen, wenn es darum ginge. Und ihr könntet mit all eurer Allmacht den beiden Kaiserkindern den Gaios machen, die Familie von Gare den gültig auslöschen. Und doch treibt ihr es euch immer nur weiter. Denn, genau wie ich auch, handelt ihr nicht oder nicht nur nach eurem eigenen Willen, sondern nach dem meiner höheren Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich mir keine Illusionen mache, wer meine Taten leitet. Als euer Herr euch aber immer noch vorgaukelt, ihr werdet euer eigener Herr und würdet nicht nach seiner Päufe tanzen. Tut, was ihr wollt, weckt uns alle nieder, wenn es sein muss. Ihr könnt es wohl, ohne Problem. Aber das wird euch nicht vor eurem eigentlichen Feind bewahren, der im Finsteren sitzt und auch an euren Strippen zieht. Die Garde aus Herstortim kommt näher auf euch zu. Er hat und Peitsche gezogen. Und ihr könnt sehen, wie ein gewaltiger, alles verzehrende Asquad neben ihm sitzt, mit sechs Hörnern, die aus seinem Kopf wuchern. Nicht nur vier, sondern sechs. Er streicht fast wie ein riesiger Stier um den Thron herum. Galotta, ihr seid ausgezogen, um Gerechtigkeit zu finden, nach dem, was man euch angetan hat im Kaiserpalast. Ist es das, was ihr erreicht habt? Ist das hier wirklich Gerechtigkeit? Ihr seid nicht der, der ihr hättet sein können. Im Moment, im Moment folgt ihr der Rache. Und habt es schon seit sehr langer Zeit getan. Aber ihr seid anders erzogen worden. Und ich denke, ich hoffe, ich bete zu den Göttern, dass in euch noch ein Funke steckt, der nach der Gerechtigkeit statt der Rache strebt. Deswegen wollte ich euch an einen alten Freund erinnern, Paul Berra. Er hat es geschafft, seinen Pakt zu lösen. Ihr seid derzeit der mächtigste Magier in Aventurien. Eure Willenskraft muss genauso groß sein wie die von Paul Berra. Ihr könnt eure Seele noch retten. Löst euren Pakt. Der alte Mann sitzt ohne Bewegung dort wie eine Statue. Unbeteiligt. Ein schlichter, schwarz-rotes Gewand mit einem Borberat-Siegel daraufhüllt ihn ein. Er streicht seine Kapuze nach hinten. Ihr könnt immer noch die rot glühende Kappe sehen. Hellrotes, wucherndes Fleisch und Gewebe. Ihr könnt sehen, wie die Adern nicht nur nach unten wachsen über seinen Mund hinüber, sondern teilweise glimmt jetzt so sein Thron ebenso auf. Ihr könnt den Rhythmus seines Herzschlages spüren. Sie gelühen, als fließe Feuer anstelle von Blut in seinen Adern. Die hageren Finger, die sich um die metallene Armlehne seines Thrones graben. Ich trete zwei Schritte nach vorne. Ich deute mit meinem linken Arm auf den Mann auf dem Thron. Gaius Cordoban Islam Galata, erhebt euch von diesem Thron. Denn ihr seid kein König. Ihr seid ein Knecht. Ihr habt bei allem gescheitert. Großes war euch offenbar. Großes konntet ihr schaffen. Doch ihr habt versagt. Ihr scheitert als Hofmagier. Ihr habt euch den Dämonenmeister unterworfen als Knecht. Und als dieser Herr fiel, habt ihr euch demnächst unterworfen. All das hier. Ich deute mal auf. Den Thronsaal ist nicht euer. Nicht euer Werk. Sondern das eures Herrn. Also erhebt euch und kniet vor eurem Herrn. Jetzt könnt ihr wohl sehen, wie der Asquarat spricht. Der Raiaras. Der Herr, der wir erhalten. Der Herr der Schwarzen Greifen. Fürchte dich nicht. Du trägst den Segen des Herrn. Für sterbliche und unsterbliche Sichtbare. Garlot. All diese Herren und Damen hier. Viele intelligenter als ich. Und wir beide erkennen das Gleiche. Von einer Frau zurückgewiesen. Dein eigener Sohn durch deine Hand gefallen. Alles. Das alles hier ist doch nichts mehr wert. Deine wahren Loyalitäten. Wo sind sie? Nirgendwo. Untergegangen. Verschwunden unter diesem. Scharlachroten Kappe. Keiner. Kein einziger dieser. Dieser Söldner. Dieser Sklaven, die hier sind. Würde für dich sterben. Sie würden sich alle zurückziehen, wenn sie könnten. Du hast hier keine Freunde. Deine Freunde. Ja. Wo sind sie? Wo sind sie alle nur hin? Alle tot. Haben dich verraten. Würden auf dich spucken, wenn sie könnten. Die einzigen, die dir noch geblieben sind. Zu deinen dämonischen Herren. Und das. Das ist wirklich traurig. Für einen Mann, der mal so mächtig war. Für einen Mann, der Dämonen beschwören kann. Wie vermutlich ich mein Schwert schwingen. Und trotzdem kniest du. Pah. Wie ein Sklave. Geh zurück zu deinem Herrn. Wenn er deine jämmerliche Seele überhaupt noch nehmen würde. Ach. Ihr könnt sehen, wie aus dem einen noch funktionierenden Auge von Galotta eine Träne rinnt blutig rot, die dann anfängt zu brennen und sich aufzulösen. Und dreht da seinen alten, müden Kopf in Richtung das Asquarat. Alles, was ich erreicht habe, habe ich durch die Kraft meines Geistes erreicht. Ich schulde deinem Herrn. Und auch dir nicht, Teraya. Ihr könnt sehen, wie die Wucherung, die sich langsam unter den Mund geschoben hat, sich um den Hals legt und ihm den Kopf weg wirkt. Der Kopf des alten Mannes wird abgeschnitten und fällt zur Seite. Und die Festung bricht auseinander. Jetzt. Die schaut ja noch mal fragt an. Lauft. Gepriesen seien die Zwölfe. Gepriesen sei Preuers. Aber jetzt raus hier. Ja, der Asquarat als auch die sämtlichen Hashtots stürmen auf euch ein. Jetzt heißt es Athletik. Körperbeherrschung, klettern. Gib mir mal alle drei Proben. Körperbeherrschung, Athletik, klettern. Wie ihr euch dann über die Treppe einstürzend hindurchwindet, wuchert, dann über irgendwelche Pflanzen sprintet. Wir können dann einfach mal von unten nach oben gehen und schauen dann mal, inwiefern da sowohl Asquarat als auch Hashtot Peitsche anlegen. Ich hab meine Proben geschafft. Zählt? Zählt? Zählt Fallen bei Körperbeherrschung? Ja, ihr könnt erstmal alles reinwürfeln, dann gucken wir mal rein. Gehen wir mal von oben nach unten durch und für jede Probe, die ihr nicht schafft, gibt's da nochmal so'n Peitschenschlag. Ich geh gerade mal nach oben. Ich muss auch noch würfeln. Wir hätten uns das aufteilen sollen, immer einer nach dem anderen. Ja, kriegen wir schon hin. So. Wir fangen an mit Raphim, die erste Probe. Athletik. Geschafft. Kiaras. Geschafft. Athletik. Ich mach erstmal Raphim fertig. Ich hab alles geschafft. Alles geschafft? Zwei Punkte. Ja. Kiaras. Geschafft. Gelungen. Schau da haben wir nicht drüber, wo alles Misslungen steht. Ja, genau. Guck ich nämlich gerade um. Misslungen. Isarun. Beim Klettern. Ja, dann nimm doch mal einen Peitschenschlag von einem Hashtod. Ich glaube, das tut gar nicht so sehr weh. Oh, doch. Plus zwei sind acht TP und dein Rüstungsschutz sinkt. Ist das an die jeniger Stelle? Ne, jetzt sieht die Peitsche an und die Körperkraft. Die Körperkraft, die diese Körperkraft einen Punkt hat. Okay, stimmt. Das war das Schwert, glaub ich, ne? Ne, sie verliert zum Punkt Körperkraft bis zum nächsten Sonnenaufgang oder so. Ja. Die erwürflichen Punkte, oder was? Ja, ich glaub ein Punkt. Ja, ein Punkt. Ja, ein Punkt. Ein Punkt. Und eben noch Schaden. Jetzt einiges oder einiges plus ein oder so. Das ist falsch. Plus zwei, also acht Punkte. Isarun tot? Hä? Nein. Ja, kann ja sein. Weiß ich auch nicht. Ja, so könntet ihr runter sprinten. Das Herz mittlerweile komplett auseinander gebrochen. Ihr seht, dass diese riesige unzerstörbare Stähle dann gebrochen liegt. Ihr seht da, wie in den Palast hinein wieder wohl andere Räume jetzt offenbart worden sind. Es dreht sich irgendwas. Und während ihr dann den Hashtots entgegen sprintet und auch von einer Dunkelheit verfolgt werdet, könnt ihr noch ein Geräusch hören, was euch die Treppen nach unten begleitet. Ihr könnt dann, wie gesagt, Leonardo, den alten Mann packen. Aber dieses Geräusch ist... Verfolgt euch. Und so rennt ihr durch die Gänge, durch die Katakomben. Andere Wachen, die entsetzt euch entgegenstürmen, euch nicht weiter beachten. Einige Runde, die erschlagen liegen. Mit ihren 6 Beinen von irgendwelchen anderen Rissen in die Abgründe gesogen. Und dort dann von irgendwelchen Wucherwurzeln zerfasert. Für den Agrimod später selbst habt ihr keinen Kopf. Und so gemeinsam mit Leonardo rettet ihr euch auf eines der Schiffe. Er kann euch hier dann relativ gut durch seine eigene Festung lotsen und legt euch dann auf eines dieser Schiffe, dieser Balance und lässt euch dann abgleiten. Er kommt nicht mit? Doch, er kommt selber auch mit. Also sein Gurgulum ist auch abgefallen, das könnt ihr tatsächlich erkennen. Und der setzt sich dann ebenso auf das Schiff hinauf und stößt sich dann ab, sodass ihr dann durch den Himmel der Festung noch einmal entgegen gucken könnt. Wenn ihr dann aus einem dieser Schleusen, aus einem dieser Röhren dann der Diffasmantel hinaus treibt, könnt ihr die Stadt sehen, wie sie auseinander bricht. Die, ja, diese Stelen aus Arcanium, die dann die Festung teilweise mit in die Sphären wieder treibt und sie dann mit grauem wabernden Limbusnebel zurückstürzen in die Sphären, aus denen sie gekommen sind. Und andere Teile, die in die Stadt runter regnen. Die Stadt unter euch rennt und ist nur noch ein Trümmerhaufen. Garret ist vernichtet.